Mitten in der Nacht Jemand steht neben dem Bett. Ihr Kind hat wieder das Bett nass gemacht. Das ist schade, weil es doch so gerne bei Freunden übernachten will. 15% aller Kinder im Alter zwischen 5 und 12 Jahren leiden an Bettnässen. Das heißt, dass das Bett mehrmals in der Woche nass ist. Aber da ist etwas, was sie tun können. Die Roger Unterwäsche sieht wie normale Unterwäsche aus, hat aber ein Geheimnis. Zwischen den Schichten sind ganz dünne Leitungen. Diese sind mit dem Sender verbunden, der an die Unterwäsche geklickt wird. Sobald die Leitungen feucht werden, sendet der Sender ein Signal zum Empfänger. Das Alarmgerät ertönt. Das Roger Alarmgerät hat 8 verschiedene Melodien und eine Lautstärkeregelung. Das ist der Roger Bettnässe Alarm. Es hilft Ihrem Kind wach zu werden, wenn es anfängt, das Bett nass zu machen. Der Alarm ist außerhalb der Reichweite Ihres Kindes, sodass es aufstehen muss, um ihn auszuschalten. Dann kann es auf die Toilette gehen, um die Blase leer zu machen. Die durchschnittliche Trainingsdauer mit dem Roger Alarmgerät beträgt 3 bis 4 Monate. In der Zeit wird Ihr Kind trainiert, bei voller Blase aufzuwachen und selbstständig auf die Toilette zu gehen. Für Tiefschläfer hat Roger das Vibrationskissen, was am Alarmgerät angeschlossen werden kann. Verhindern Sie schlaflose Nächte und Wäscheberge. Starten Sie jetzt die Therapie mit Roger.